So, Markus kocht wieder. Nachdem sich so viele ein Video gewünscht haben, wenn ich koche, drehe ich mal das erste Video. Wie gesagt, es gibt Specklöschen. Dazu kauft man Bauchspeck. Die werde ich dann so in, ich sag jetzt mal, Scheiben schneiden. Die werden dann gleich angebraten. Also in der Küche geht es weiter. Ihr habt gesehen, von Henglein Klöße halb und halb. Die nehme ich jetzt und die kommen hier rein. Ihr seht, das Wasser ist an. Jetzt forme ich die Klößchen, also den Teig, zu kleinen Klößchen. Ja. 1500 Gramm Klosteig verwendet. Also verbraucht ihr seht, die Klößchen sind hier. Und jetzt geht es ans Wasser. Ja, wenn das Wasser kocht, kommen die Klößchen da rein. Ihr seht, die Klöße sind hochgekommen. Und jetzt den Speck einfach hellbraun anbraten. Natürlich in eine Pfanne mit Öl. Ihr habt es gesehen. Klöße in die Pfanne. Und jetzt schön mit dem Fett vermengen, damit die Klößchen den Geschmack von dem Fett-Speck-Gemisch aufnehmen. Lecker! Und wenn die Klöße so hell angebrannt sind. Guten Appetit! ... ... ... ... Vielen Dank.